wir kommen zu einem ganz neuen display bei einem neuen spiel was man auch auf händisch spielen kann was über bluestacks warum mache ich das erstes mal es gibt kein display davon auf youtube zumindest kein display ein paar videos ja aber kein richtiges display spiel ist letztens auf eidolon und ich weiß ganz besonderes warum das wird ihr nach und nach sehen es ist ein außergewöhnliches spiel ist auch nur von einem mann wie das gemacht lava flame 2 so heißt ja auch auf discord oder twitter oder twitch schnall ich schätze ist ein geniales spiel richtig genial ich fange einfach mal an erstmal hier die müssen hier acht stück killen die sind totenschädel um das tor zu kommen diese portale findet man nachher öfters ist ein reines war dies ist 2d es heißt kohlen adventure rpg mann nennen möchte es ist auch wichtig dass man nebenbei afk laufen lässt man muss nicht sein kann einfach laufen lassen ist wichtig sollte man auch machen gibt ein paar besonderheiten die zeit in sichern aber gleich alles so nach und nach stück für stück das ist hier nur das tutorial wenn es hier eine mache also nicht wundern dass ich meinen ich mein schade sind nur für tutorial sehr grüne kann man reingehen und habe ich jetzt erst tutorial zeigen wir ungefähr mich allerdings mal sieht es ist aber gehe ich nicht kümmer so nicht besiegen können wir nicht treffen nix sagen wir hier erze sie haben wir am baum was nur holen abholzen können aber erst mal das erz abbauen wird auch nachher sehr wichtig werden ich glaube ich sechs berufe die man lernen kann und noch vieles andere mehr kann ich wie fliege es wird von bauwärts und bündnis da leid ober der ein lichterz reich glaube ich muss man hier ein bisschen holzsacken da habe ich auch nur fünf stück davon ja habe ich schon ein paar mal gemacht zwei dreimal schon deswegen kenne ich es ungefähr ton ist gewünschter weise im moment aus weiß ich nicht warum aber wenn man noch leicht gucken aber lustig ist ja kein sound ist natürlich sein der schmier am boss ist auch sehr sehr wichtig es kann nämlich was neues herstellen wochen erlgen sieben alien lox weil hier ist holz genau und noch ein starlight ohr ok noch ein starlight ein erreicht sagt es nur tutorial wie gesagt ist nicht wichtig wenn man was herstellen möchte viele viele rezepte viele rezepte 5 es gibt ganzen haufen ganzen haufen nur herstellen möchte muss man ein minister für kraft jahre smithing level haben diesen fall ist jetzt nur eins hier ist ja nicht ein thema spieler und schmecken mehr viel dabei was man braucht das wie zum beispiel in dem fall an holz und eine erz behaupten sagt kann er bestellt man ausrüsten man kann acht dinge ausrüstung schuhe stiefel oder schuhe zwei regen und eine halskette noch tools hierfür für andere beruf die man nachlernen kann wie erz abbauen holz hacken angeln und fangen von tieren ja und für mein futter einlegen dass er automatisch dann heilt aber alles nach und nach wie gesagt später es kommen hier besiegen müssen wir fünf leben siegen also alle fünf herkommen nicht das portal nachher macht er auch alles hier selber also eigelt dann sozusagen man kann ihm auch seine skills angeben die einen benutzen sollen über text aber alles alles später und das spiel ist leider nur auf englisch dessen zu sagen nur auf englisch aber es ist kein super mega englisch dass man nicht an können muss schul englisch reich bekommt aber zurecht wenn man ein wort nicht weiß ne google eingeben übersetzen fertig mein gott und das problem einmal durchlaufen lassen ip gamer ist der erfinder sind zu sagen lava flame 2 sein schade glaube ich epic immer bei ich habe mich alles selber herausgefunden habe auch einiges von einem sehr guten kollegen ich finde sie mich auch genauso wie ich ich bin es zusammen und da hat er hat mir auch einiges schon verraten er kein bisschen besser englisch auch das ist auch kein problem da sind einzelnen welten jetzt hier die brasilien werden die gegnern wir sind immer ganz unten angekommen es ist einiges die legend of idleon das war das tutorial von büscheln diese game by lava flame 2 machen wir mal einen neuen account man kann es hat es noch mal alter nach guckern wollte eigentlich nicht egal machen mich auf dem was ich hab mal auf dem handy ein bisschen gespielt nur ein bisschen da habe ich schon einen zweiten schall stellt ist kann ich jetzt nicht zeigen man kann zwischen ja wenn ich sowas bin also muss die beiden diese falle müssen nur zusammen mit 30 erreichen am moment 18 kann man einen neuen schall stellen wenn ich einen neuen schall stellen kann da will ich auch zwei man kann zwischen vier verschiedenen klassen wählen krieger magier bogenschütze und ja wie soll ich sagen abenteurer genau abenteurer der hatte als bonus aber nur lack also nicht wirklich wichtig also glück ich wirklich wichtig aber kommen wir später zu wie gesagt wie viele level deine ganzen straße sind kann man hier sehen bei 225 nicht mal den letzten ich bin jetzt hier bei dem 130 habe ich jetzt ich habe es mal zwei waren man die meint schon an er ist beginne aber noch keine klasse kommt dabei dann gleich und er ist magier welchen magier machen es war mein regen buch mein name von plätschen deswegen habe ich übernommen das ist wieder ein sommer event hier sehen uns alles über strand mäßig mit sand ist ein sommer event das heißt die gegner lassen müssen sachen fallen kann man kann man bonus sachen von bekommen und so weiter und so fort kennt man ja da ist der eingang zu bild zwei können nach lange nicht dort eine ganze ecke eben was gucken man kann ihr essen kaufen aber auch von den gegnern wissen es auch fallen also wie man ertränke da geht doch ich suche während bestimmtes da ist er doch amelkohle der hamba einmal kaufen zum dubai aus wegen hier quest das ist auch wichtig die marvel statu man befindet man findet im lauf des spiels verschiedene statuern dann habe ich dann noch dann habe ich sehe ich einmal extra mit einzeln vorne gehen einmal extra boni da ist er spiel zum beispiel will es geben der bestärkere ohne system immer bundes jetzt so viele gibt es ohne scheiß noch mal die erste machen wir mal rein kommt base der mensch genaue level 1 wenn man jetzt noch zwei statuen hätte ein hammer plus drei base der mensch mehr alle ball ist schaden gesagt englisch ist nicht billig die schwere weil sie gar nicht der will immer stempel haben auch eine quiz es gibt viele sachen wo man wohnstags bekommen kann viele sachen bei ihm bei ihm kann man nachher auch dann bekommen einfach mal durch drücken hier so wenn man hier die bedingungen haben wir schon fähig gut auffällig fähig 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 es gibt hier in dem shop kann man jetzt nicht mehr für diese kurzen grünen sein soll froschfüße so schuhe keine ahnung kann ich auch noch mal hier externe was ein cool auch und ich habe es wieder mehrere welten danach ja aber alles später da bin ich auch noch nicht so ganz durch auch nicht gerade ganz so einfach aber kommt alles nach und nach alles nach und nach schauen wir erstmal jetzt 10 shop haben wir schon drin ist das lager kann man auch erweitern mit kisten das eigene event ein tag kann man erweitern aber mit diesen rucksäcken und die stacks jeweils der einzelnen sachen hier kann man auch noch mal erhöhen auch noch mal durch beutel gibt meist genug das habe ich schon gesammelt hier ist eines dieser events gegenstände in der kühlbox als kupfer er ist auch schon ein paar kupfer bahn gemacht alles nach und nach erst einmal nur das lager hier kann man auch noch ausgemacht okay okay wichtig ist auch wieder schmied spieler haben wir denn will ist auch wichtig einmal kann man hier verschiedene gegenstand zu einfach herstellen kleine sachen wie die beutel für mehr stacks für erze mehr stacks hören stack für holz und da ist für alles andere da ist für futter also hier sei es für monster drop auch da gibt es ausgemacht sagen bessere brüste und aller führung ist natürlich wieder dementsprechend einer sache und vor allem neuen level cap muss man haben um zu mindest level farben und dann ging schon zu diesem falle die kupferschuhe herstellen zu können muss ich nicht mehr beziehen sein deswegen alle auch alle chance nach und nach schmiede will ich machen noch bessere sachen die türen noch mehr kosten ein paar bohr und beckmann gar nicht beziehungsweise hier das haben wir noch überhaupt nichts davon gar nichts ist ein freischalten und man hatte noch mehr besondere sachen freizustellen beziehungsweise oben dann tab 2 freizuschalten kommen auch noch einige sachen also noch nämlich freischalten kaufen herstellen ohne ende das wichtige hier sachen produzieren kann man auch dann auch hier kann man wieder mit punkte kaufen entweder mit geld in diesem falle kupfer silber und platin gold und platin gibt es genau oder hatten mit mob drops das habe ich bei meinem hauptschar gemacht hat lange gedauert aber die brüste kriegt man dann sozusagen umsonst müssen kein geld für ausgehen nur hat nur mob tropon in der falle vorschenkel dann kann man hier mit spend points als punkte spenden kann man das erhöhen bonus xp von schmieden erhalten immer mal fällig ist dass im xp ab holst oder die geschwindigkeit oder die kapazität heißt ja stecks diese maximal machen können bevor es voll ist daher kann man auch zwei sachen auf einmal herstellen also machen lassen kann man auch aber dazu später mehr zehn punkte noch mal ein bisschen capacity und bonus xp schon nicht verkehrt auch wichtig wenn man nicht natürlich viel länger ist gleich jetzt geht es noch ziemlich schnell erst noch 100 da ist nur 250 noch fix geht noch ab so kann ich nicht und das kohl versteht es nicht egal hier 12 18 25 32 40 50 60 70 80 90 110 das dauert ist nun das ist das dauert richtig richtig lange aber wenn hier so ein bisschen immer schmiedetier die sachen herstellt jetzt schon nach und nach nach und nach so packen wir mal die nägel gleich ins lager machen wir kurz hätten automatisch dann rein ins lager wenn es schon vorhanden ist wieder den drauf auf ein stick mich anlose hat einen neuen platz klugzeit bin ja nicht ganz ganz dann muss man alles extra rüber ziehen das finde ich blöd aber hier so wie er will genau die haben natürlich auch hier kann er danach ja automatisch das will erz abbauen oder kämpfen und ich auto text kann man nachher es gilt rein packt man welche hat drei vier stück glaube ich als jetzt dass man aktuell dabei hat beziehungsweise die sachen man schon an als schon hat talent gibt talent bäume für grundklasse in diesem falle er wird dann nachher zum kämpfer die kämpfe weil sie gar nicht oder bitte zum bogenschützer weil sie gar nicht kommt hier noch ein tag kommt nach in noch nicht hat man kann noch mal weiter weiterentwickeln gibt es jeweils in jedem baum gibt es dann und skill punkte zum verteilen er hat nicht wirklich was wichtig ist dabei was wir das normal als gilt ja ja nicht wirklich gut der menschen alle monster genau und das war grundwaffen schaden wir machen auch mal ein bisschen die beiden sachen wir dürfen erstmal klüssen erstmal bei es nur ein bisschen ein bisschen stärker ist ganz wichtig sind hier auch das erste clip was man eine an equip hat es ist sehr sehr bisher sind immer sehr gutes equip hat das beste war ein bisschen am besten das beste was man mann hersteller kann es ist sehr wichtig da kommt man einmal ist rein die beste art skills zu verteilen alle beste vor aber wir können mir erst mal sehr gut zurecht dann auch hier spezial gibt es auch noch spezial skills aber mit fast alles im moment nur schrott also nicht wirklich was gut ist dabei da habe ich ein zwei sind gut du bist eigentlich ja also dann bekommt erstmal die zu bekommen ist nicht so einfach da muss man glaube ich quest für machen beziehungsweise den willi hier die sachen da machen kodex kann man alles nachlesen die quest die man hat die hinweise die man bekommen hat die karten gibt es auch noch die geben bonus da kann man schon ein paar habe ich ja schon hier gibt es zum beispiel 12 basis hp mit einem drauf der gibt für basis genauigkeit und der gibt den drei basis defense die auch nach namen um sie mehr karten hat um sie stärken höher werden die dann wenn sie schon die höhren nicht drei nach hast du nach zehn weise weil es die fans zum beispiel da kann man erst mal alles mitnehmen als mit dem damit kann nur vier machen natürlich den gang im shop sei auch noch gleich freischalten kauf ich kann man nur vier machen pro schar events post nightmares tats ressourcen hier sind die drei welt in diesem moment nun gibt es doch die jüngung der satz genau die drei welten soll aber nach noch mehr geben bis acht welten also kommt noch eines zu wie gesagt nur ein mann verpasst ein einziger war jetzt die karte kann ja auch schnell ein import man schon überall war zu klacken müssen hin porten oder dahin da ist dann der weltboss wenn man schon da war muss man besiegen hat man da kann man in welt 2 gehen man kann ich teleportieren sie aber selber nie mache ich laufe immer da habe ich jetzt im moment nur 30 reporter zur verfügung ich lasse ich glaube lieber ist für mich persönlich besser habe schon angewöhnt ist das schätzt auch machen wenn die quest auch mal eben an hier kann man die welt eine achte sound ich bin bitte ein bisschen sound weiß ja nicht ich kann man die welt ändern also wechseln ach ach so die ist sozusagen der channel kann man hier wechseln genau hier kann man zwischen den spielern dann wechseln jemand hat ja ich könnte es hier auf den nächsten gehen auf mein mage ja aber manches nicht mal ich mache ich gleich hier auf keinen vor kann man sehen wenn man jetzt kämpfen würde kann man sehen wie viele kills ich pro stunde mache xp ich bekomme und geld und alle welche geschärze kann alles hier unter auf keinen vorsehen wie gesagt afk irgendwas machen ist wichtig warum wenn ich jetzt kämpfen und kann immer mal auch irgendwie muss man manchmal kämpfen naja kämpfen hier zeige ich euch jetzt mal ich weiß nicht viel auf einmal ich weiß aber es ist alles nicht so wild kämpft einmal auf auto wenn ich selber an zu kämpfen sagt da kann man übrigens schon mal holz hacken das erste holz genau ziehe im mod mod erstmal geld kriegen und ihr monster drop ist in diesem fall von denen ich sie die grünen klappen lau box ist von vorn vom event das zeug bleibt liegen nur eine stunde nach ist es weg wenn ich jetzt wenn ich jetzt so stehen lassen würde ich gucke also es ist die sache nach einer stunde ungefähr alle weg wenn ich aber jetzt schon den spielwechsel oder das spiel komplett beende also rafk irgendwas macht dann hat man wenn man nach mir drin ist nach einem tag oder nach zwei tagen oder nach fünf stunden wie auch immer hat man ein großes fenster in eine liste was man alles bekommen hat an xp kills drops et cetera das macht man gleich auch wenn der muss ich muss das muss kämpfen genau den main jetzt ist erstmal hier kämpfen weil er so levels machen ist nicht verkehrt ist wichtig noch mal jemand noch in den jams shop ist auch wichtig ja ist kann man ich gerne natürlich näher sachen kaufen wie zum beispiel hier sehr interessant sehr wichtig eventuell und storage kann man hier rucksäcke plätze kaufen die man zahlplätze oder halt die beutel für monster drop und dergleichen kann man stack über sein erhöhen was natürlich ist klar wenn man möchte kann was machen muss man nicht ist aber sehr sehr hilfreich und man bekommt für eine beutel 150 ist 175 und der rucksack 200 man bekommt für 20 euro 4000 jams 4000 kann man schon einiges verkaufen auf 5 euro gestern war noch zehn euro haben wir ein bisschen erhöht ja kann man auch machen ich würde lieber jetzt für 20 euro zu 4000 jams kaufen ist auf alle fälle gut angelegt damit kann man dann zum beispiel eben dann hier eine rucksäcke kaufen hat man mehr platz im rucksack ist auch wichtig weil wenn man in einem in einem gebiet moment jetzt hier sagen wir alles alles voll ist mit irgendwelchen sachen und grünen kappen und die blauen box und so weiter das inventar selber ist aber hier voll man kann nichts neues mitnehmen man verlässt in dieses bild dann sind die tropfen nach weg deswegen sind schon finde ich wichtig dass man seine taschen inventar vor allem inventar vergrößert mehr plätze hat man nachher so viele verschiedene sachen da ist unglaublich weil wie gesagt wenn er es spielen möchte ich nur erwärmst es ein herz legen kauf für 20 euro die 4000 jams kraftig viel plätze inventar für die kiste fürs lager auch sehr wichtig man kommt viele 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 verschiedene sachen viele viele verschiedene sachen was hier halt für die größe erhöht ist nicht verkehrt ist gut angelegt aber nur falls es wie gesagt muss es nicht könnte es ist nur ein tipp von mir karten könnte man auch machen aber muss man nicht wirklich die wirklich besseres bonus dann an werte ja aber ich habe selber nicht gemacht kann man auch so wenn ich hier länger länger zeit kämpfen also ab gar nicht nicht gucken alles wenn man wieder reingeht ich bin ja meistens mehr mindestens eine karte ist in diesem fall für den grünen sports findet man dann mindestens eine karte aber wie gesagt muss hier für sich selbst wissen wie vieler gehe ich mal kill muss um das nächste tor zu öffnen ist auch wichtig ich gehe mal kurz das war einmal ziel vom mond da kann man holz sacken da kann man die monster töten mai auch gleich hier ist auch grün kann man auch schon ruhig der focus nur für die welt wird boss 1 für dich besiegen hier kann man erz abbauen wie auch ein auto schmelzofen kann man auch noch mal erweitern durch den shop gegenstände verbessern kann man auch machen wenn man möchte in diesem falle kupfer bauen weil man weiter geht habe auch schon freigestaltet kann man dann eisen und gold abbauen jetzt aber aber um höhere ärzte abbauen zu können muss man höhere mining level haben bzw effektivität um überhaupt bessere ärzte abbauen zu können braucht man einmal höheren level und natürlich auch besseres equipt das heißt überhaupt eine spitzsack aber jetzt gar nicht wenn sie mal gucken so gucken tools hat keine spitzsack braucht er gibt auch extra bei basis stats werde ich auch machen nach und nach muss ich alles kaufen alles reinpacken bei basis stats wie hier die fans gerade mal 6 ist lachhaften aber auch der mensch und die ganzen werte nicht hoch und alle scherze einmal machen ist nicht verkehrt ist nicht verkehrt aber erst mal kämpfen soll dann klicken erstmal kämpfen mit meinen main werden er kämpft ex hat er noch nicht da ist er nicht 1 2 3 6 plätze hat man frei kann freischalten nicht talenten ich habe ja unten auch noch welche lief noch gar nicht da alles nicht dass man nur kämpfen lassen nochmal auto es kämpfte und wir wechseln spieler auch wenn man magier man sollte die schasse ist das fenster da ich weiß sieben tage vier stunden weg betrunken 1780 kuppel coins haupt xp als ich bekommen habe eine maschung card und so weiter und so fort das geht mir immer auf den senkel mache ich gerne weg als die karte geld immer sehr wichtig geld und die mob drops die kappen da ist schon voll weil sie mit einem platz mehr deswegen einmal cap von 10 wenn man jetzt nicht so beutel kaufen würde vielleicht auch weiß ich kann ich nicht ziehen kann ich auf einmal 50 oder 120 tragen pro stack aus der heißt wenn die alle hier alle zusammen eine einsteck aber machen wie gesagt wenn ich jetzt hier bei mir die hose habe ich eine hose nein müssen wir jetzt rausschmeißen immer die hose mit sie tragen ja gibt es sechs weisheit und reine fans alle sehr gut nehmen wir mit die blauen trinken wochen ich habe ich ja hier habe ich auch nicht obend da waren mehrere haben wir eins das gibt drei agilität ja aber auch nicht unbedingt aber ist egal habe aber wichtig ist die fans ab kurz leute kann man noch die sachen dann verbessern aber das soll zu später die teile haben ich kann man kaufen ja aber will ich nicht machen mit blödsinn so noch ein steck mit hier und da komme ich mitnehmen da bin ich jetzt herausgehe wieder reingehe sind die sachen wieder weg ist es besser deswegen ist es wichtig dass man viel mitnehmen kann durch eine stadt gehe zurück sachen weg deswegen darauf aufpassen wenn ihr es auch macht machen wollten achtet darauf erst mal wieder alles ins lager packen ich werde wohl einmal geld ausgeben werde ich wohl machen kann auch die nachher kaufen die einzelnen sachen aber dauert noch eine ganze ecke die nächste schnell gemacht und später hier für die bohrenkappen wochen später wichtig tränke teilweise auch das ist hier umführen dass die tonne ist für uns schmieds schneller die sachen herzustellen also schneller zu schmieden das sind teleport steigen glaube ich ne zählbar ist egal es haben auch in dem schmied herstellen also nicht die teile damit könnte jetzt zum beispiel ist die tools wie die spitzsacke zum beispiel gründlich ist ein versuch sacke ein slot zu verbessern ist mein versuch kann auch fehlen aufpassen jetzt kann man auch habe ich kenne die hier schon kaufen das mit trinkreibe das sind wieder die dinger hier die statuen die stempel findet man auch braucht man nicht muss man nicht kaufen auch ein bisschen teuer da haben man doch kommt die kauf normal da habe ich nicht mehr die kohle für kann man nur einmal kaufen stock 1 kann man nur einmal ich mal nicht kaufen genau wie die kosten müssen menschen ein gold zwei gold sind schon ein bisschen mehr also muss man aufpassen aber schon mal eine tasche mehr ja die beträume küsse haben wir jetzt weiter einfällt mir immerhin man ist ein bisschen geld kostet geld kann man um unser farm unser farm abschlachten verkaufen fertig muss ja man gibt auch auch geld wenn sie mit ist nur ein event den wollte ich jetzt der magier des kann ich kämpfen lassen weil die level bekommen talente punkte verteilen hier und fertig der magier kann gut holz hatten der krieger kann gut erz abbauen und der waldläufer er kann gut es ist aber das kann man erst in bild 2 mit 1 kann man nur erz abbauen und holz hat verschiedene auch holze holz gibt es natürlich verschiedene räume verschiedene holzarten die man nach und nach freischalten kann aber erstmal so lange noch kämpfen kann man ja auch da gibt es eine question wenn man zehn euro holzloks haben weil man hatten für ihn quesbärchen ja immer eben machen hier ich habe da und jetzt schweig und klick 10 augloks wie gesagt englisch ist nicht wirklich so wichtig hier man versteht man kann es auch ohne mit ganz normalem schulenglisch auch ohne welchen großen wissen kann man nach angehen kacken thema es sind ja ein holz zu hacken jetzt rausgehe irgendwann wieder rein hatte die man zwischen viele holzloks dann gehabt aber es kann mal auf level 7 trotzdem müsste gar nicht holz hatten nach einer aktuelle ah ja mal so ein kein tool dann lassen wir das gehen wir weg so dass wir mal kämpfen auch erstmal geld geld vor allem so ein level macht er sich einen dritten schaden kann man schon mal erz abbauen aber erst mal sollen die level machen dass die talent punkte bekommen ich nachher auch in gutem verteilen kann weiß müssen vier ist auch auf einmal ich weiß aber es kommt alles zu nach und nach und alles der rest kommt alles nach und nach also man mittel nicht mit sich ist ein komplettes wasser geschmissene sohne muss ein bisschen umschauen den leuten und den regen die die gespräch blase haben geste kommen schon was kommt falls ihr fragen habt stellt sie in kommentare so gut wie ich keinen wege noch beantworten ich werde nicht jeden tag ein video zu machen oder einmal die woche nein wenn sie öfters machen alle zwei drei tage ungefähr gehe ich rein wie es auf dann kann man schon einen guten fortschritt sehen einmal die woche wäre blödsinn ist der sprung schon zu groß und viel zu weit möchte ich nicht deswegen mal alles weitere tage ungefähr nicht hinein nehmen auf und sehen was denn alles gut geschafft hat hat solche sind ehrlich gefällt das spiel dass ich runter jetzt sehe ich auch lustig noch ein pc oder handy tablets leppi wie ihr wollt es spiel hat es hat noch sehr sehr viel mit tief als nur das bisschen ja es ist gar nichts wird noch so viel neues dazu nach so stück für stück ist unglaublich alle wichtig das wahnsinn ist jetzt dass der eine mann hier eingesteckt hat über die grafik natürlich darf man davon nicht sonst mal nicht meckern ist anständig reicht vollkommen er muss kein super super 3d grafik sein dass so so blödsinn bei so einem spiel ziele es reicht vollkommen es reicht also mir gefällt sehr gut über den halben jahr schon mittlerweile ich würde mich freuen wenn es euch auch gefallen würde sagt man einfach wenn es auch wenn ihr auch unterlagen habt angefangen habt ich mache alles weitere tage wie gesagt die video um einen schaß ich einmal in alle durch wie bei meinem haupt account sie auch auch einmal dann alle ich jeden tag ich einmal da tue ich mache neu dass ich überraschend was für die ich noch so kommen also gehe ich alleine schon immer unterschiedlich gehe ich nach wahnsinn ist der meine mann als gesucht ist am köpfchen aus guter ist sehr gut sehr schön ich finde es sehr sehr gutes spiel aufgefallen würde mich freuen dass im kommentar da dann sehen wir uns in den nächsten zwei drei tagen machen neue videos und jetzt ist ein schönes mittel